Wenn ein König oder Kaiser wissen wollte, wie die Stimmung beim Volk war, dann hat er sich verkleidet und unters Volk gemischt. So kennt man das in verschiedenen Märchen, aber vielleicht hat es das auch wirklich gegeben. Sinn hätte es auf jeden Fall gemacht. Heutzutage gibt es unabhängige Unternehmen, die alles Mögliche prüfen. Von Restauranttestern hat sicher schon jeder gehört. Inzwischen ist es möglich, so gut wie jede Firma auf Herz und Nieren durchzuchecken. Auch ein Sanitätshaus. Ein getestetes Sanitätshaus ist ein Ladengeschäft, in dem von einem unabhängigen Unternehmen, was auf Sanitätshäuser spezialisiert ist, Tests zur Kundenzufriedenheit durchgeführt werden, in denen bewertet wird, wie die Aufträge, die Anfragen der Kunden bearbeitet werden, wie gut werden die Produkte erläutert, wie gut werden Produkte zum Zusatzverkauf angeboten, wie gut ist die Anpassung, die Erklärung, die Handhabung, was kann alles gemacht werden, um dem Patienten mit seinen Wünschen zu helfen, Behinderungen auszugleichen oder zu lindern. Da gibt es sehr große Unterschiede. Dies konnten wir durch ein unabhängiges Unternehmen testen lassen, wie in unserer Firma die Mitarbeiter in ihrer Außenwirkung sich darstellen, wie die Beratungsleistung ist, allerdings auch wie unsere Geschäftsräume von der Lage her einzuordnen sind, wie Parkmöglichkeiten sind, wie die Erkennbarkeit, die Außendarstellung ist und natürlich dann auch der persönliche und menschliche Eindruck von unserem Verkaufspersonal, die fachliche Kompetenz, das Wissen über Produkte, über Funktionsweise und Handhabung. Dies alles haben wir testen lassen und haben im Gesamtergebnis für unsere Filialen die vollen fünf Punkte für eine hervorragende Beratungsleistung erreichen können und wir freuen uns, dass unsere Mitarbeiter diese Leistungen erbracht haben und auf diese Weise eigentlich auch ein Dankeschön zurückbekommen über ihre tägliche Arbeit, die sie leisten, die sehr intensiv und aufwendig ist, aber es sich auch lohnt, dort wirklich zu investieren und Zeit zu investieren, um den Patienten ein bestmögliches Gefühl zu geben und ein bestmögliches Produkt zu verkaufen.